Gar nix. Hm. Ja, hier dann bestimmt, ne? Ah, da rennt einer. Da müsst ihr bestimmt hier... Ah, da hinten kommt ein Nachschub. Da ist auch nochmal ein Nachschub. Dann machen wir erstmal die da. Oh wohl. So, gerade mal kurz gucken. Ah, der kämpft da hinten. Den holen wir uns. Den holen wir uns. Der gelacht hier. Äh. Nicht auf mich schießen. Na, au. Höh? Na toll. Oder holen wir uns auch nicht. Na toll, jetzt ist er tot. Äh. Bestätig, gib mir Feuer. Nein. Alter. Fick dich. Äh. Äh. Was ist denn jetzt hier? Oh shit, oh shit. Alter. Nein, nein, nein. Lass es. Boah. Oh, genau. Den Tank war wahrscheinlich nicht so gut, wa? Ah, L1 entlang. Hö, hö, hö. Wir fachkill. Hö? Bleib stehen. Ha, 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 ha. He, he. Okay. Na, so was. Guck dir den mal an hier. Der Camper. Oh shit. Oh, oh. Hey. So, perfekt. Gibt's jetzt hier noch was? Feuermodus wechseln. Mich hier auch? Ja, perfekt. So. Gut. Gut. Hier ist doch nix mehr, ne? Nö. Achso. Tatsache. Na dann, los. Bäm. Äh. Oh, das fiege ich genau wieder zum Nachladen, ne? Okay, nice. Äh? Hüpp. Ah, ha, 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 ha. Erwischt. Geil. Oh shit. Oh shit. Ich mach sie fertig. Boah. ETF. Silber. Olé. Müssen wir hier auch nochmal nachladen. Probier doch nochmal hier den Sniper. Bäm. Sauber. Ah. Sehr schön. Gut, Silber haben wir schon mal. Gold werden... Ey, was schiebst du mich denn dauernd hin und her hier? Gold wäre natürlich nicht schlecht. Oh, Leute. Wenn wir denn hier noch irgendwie... Woher? Ach da. Hüpp. Ah. Sehr schön. Kann man das hier auffüllen. Hier auffüllen. Wo soll ich denn jetzt hier? Hä? Oh, Noobtube. Hehehe. Oh, wow. Krass. Ja, ich würde aber... Okay. Okay. Plupp. Plupp. Äh, okay. Äh. Ne, dann bleiben wir lieber bei der hier. Stehen bleiben. So. Hä? Mann, zeig dich jetzt. Geht das nicht? Ne, ne? Doch. Ja, dann machen wir es halt so. Hö, hö. Sehr schön. Ha, gut. Genau, sehen wir das jetzt eigentlich hier? 6.000 brauchen wir. 4, 8, 2, 5 haben wir jetzt. Ah, nice. Das ist natürlich auch geil gemacht. Moit. Ich trau dir nicht, dass es hier der letzte ist. Doch, es ist aber anscheinend. Okay. Zumindest noch. Oh, zeig mir mal dein Köpfchen. He, he. He, he. All klar. So. Da drüber könnte ich jetzt auch gehen. Aber ich glaube, das mache ich mal eher nicht. Wat? Oh, Laster. Oh je. 1, 2, 3. Los, Leute. Na. So. Höp. Jetzt. Hä. Ich sehe ja nichts. Alter. Alles klar. Es kann losgehen. Feuer. Feuer. Treffe ich den da durch? Ja, ne? So, auf jeden Fall. Nein, bleib stehen. Was ist denn das hier für ein Schleicher da hinten? Ach, ja, okay. So ist es natürlich nichts, ne? Na toll, jetzt habe ich keinen mehr. Äh. Ähm. So. Penner. Alles klar, jetzt gehe ich doch wieder hoch. Hilfe. Hilfe. Für sowas ist natürlich der Sniper nicht wirklich ein. Ah, scheiße. So. Huch. So, jetzt, ah. Äh. Hör auf. Äh. Nee. Ach, Menno. Hey. So. Na, bleib stehen. Haha, Gold. Nice. Warte mal, just hier Entfernung ändern. Äh. Hm, ich glaube nicht, dass er sich so zeigt, ne? Da, 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 da. Na, das vorbeizere ich echt immer. So. Gut. Machen wir es jetzt auch wieder so. Bäm. Mö, wie konnte ich denn den versammeln? Watt. Mö, dann so. Okay. Okay. Ah. Vergiss es. So. Striefen und heller. Bam. Helfe dir mal, wa? Und sogar noch Headshot. Nice. Äh. So, das kann mich gerade hier aus Versehen ans Mikro ran. Entschuldigung. Das war nicht so geplant. Wo ist denn der? Ach, da, da. Geiler Schusswacker. Ja, und wie. Ein Sniper viel Schuss. Stimmt das jetzt hier, ja, ne? Hä? Hier liegt bestimmt auch überall hier Zeugs rum. Aber das ist mir jetzt gerade relativ hupe. Weil so einfach ist es doch nicht hier auch schwer. Gut, klar. Hast du auch schwer. Hier rein, ne? Oder? Leute? Ja. Es erinnert mich auf deprimierende Weise an zu Hause. Versichert. Checken, Jungs. Hier ist keiner. Äh, ne. Mal lieber was war das hier nochmal. Das ist der beste Weg nach oben. Das ist der schnellste. Keine Zeit für Erkundungstouren. Warte, bis du die Aussicht gesehen hast. Jetzt will ich aber auch was sehen. Klappe zu, Augen auf. Hä? Muss ich irgendwas machen? Ne, gut. Oh, das ist aber gefährlich hier, ne? Ohne Tür. Wat? Oh, nö. Wat, runter? Okay. Oh, shit. Fuck. Oh, nein. Komm, schau an. Schneller, 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 schneller weg da. Was ist das jetzt? Wat? Muss ich den... Muss ich den angreifen, oder wat? Oh, nö. Okay, oder auch nicht? Fuck. Jungs, wartet. Nein, 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 nein. Alter. Boah. Hilfe. Ja. Na gut. Na dann. Wenn er meint. Wäre ich geschafft. Aha. Alter. Hier vibriert hier alles. Oh. Höp, höp, höp. Los, lauft. Höp, 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 höp. Bäm. Schade. Scheint dir eine nette Frau gewesen zu sagen. Bäm. Äh. Game over. That was. Ja, schöne Nacht, dass du dabei wart. Hahaha. Geht's dir gut, Mann? Ja, klar, kein Ding. Ist nur so ein 2 Quadratmeter Bettungpfeil auch wieder aufgeknallt. Von dem Wrack weg. Geht nicht. Er steckt fest. Börse hoch. Ich hol so lange Räcker raus. Höh. Ah, mein Bein. Ja. Amerikanische Soldaten halten einiges aus. Hm. Das wirst du wieder dampf. Schaff das, Mann. Wir holen dich hier raus. Der Treibster. Drei, zwei, Fickleit. Anhalten. Der Fuß ist Matsch. Sag ich jetzt mal. Was? Muss ich irgendwas machen? Aua. Jupp. Durch ist auf jeden Fall. Öh, was? Ja, nee. Na dann. Ist das echt jetzt abschneiden, oder wat? Boah, iget. Sieben, das jetzt? Nee. Boah, iget. Hast schon leider ein Gedanke her. Bah, iget. Boah, iget. Ist das widerlich. Drei Stunden Kurs. Ja. Hauptsache Sunny. Drei Stunden. Geil. Was? Was? Muss ich fahren? Oder wat? Muss ich da rein? Ah, hier geht irgendwas. Sehr schön. Äh? Ach, steuere oben mit dem linken Stick. Loll. Wohin denn? Ach, da. Wust. Okay. Alter. Nur mit links ist ja voll ungewohnt hier. Aber ich weiß nicht, aber gerade A2 drücken hier zum Gas geben. Aber geht wohl nicht. Alter. Na dann. Los, Vollgas hier. Der Straße ist vor. Oh, scheiße. Was ist denn denn? Äh. Ah, und das ist doch die Karre dann gleich hier im Wasser, ne? Äh. Was ist los? Äh. Äh. Das ist ja echt großartig. Oh nein. Was ist jetzt? Boah, fuck. Ah, Tunnel ist immer gut. Tunnel ist immer gut gegen Helis. Weiß man in spätesten Zeiten, Need for Speed. Hihihi. Na toll. Wo ist der? Wo ist der? Siehst du ihn? Ich hab keine Ahnung. Alter, gibt's nen Scheinwescher? Äh. Ja, geil. Boah, fuck. Ja, ach. Die Kröte schwert mich schneller. Was? Das ist aber sowas mit nicht, äh, bäh. Nicht getroffen. Oh nein, das treff ich doch nicht. Das treff ich doch nicht. Hä? Hatt ich jetzt verkackt, oder was? Ach, nö. Ich glaub ja, ne? Oder? Hm. Tja, äh. Ja. Ups. Ah, das ist die Hupe. Mit A2. Ja, toll. Nochmal. Naja. Ich hab den doch getroffen. Wohin muss ich denn da schießen? Hä? Komisch. Naja. Den Schießer haben wir woanders hin. Ich hab keine Ahnung. Wieso jetzt das gerade eben nicht ging. Der richtet sich aus. Oh, scheiße. Nein. Äh, okay. Das ist also hier so gewollt. Alles klar. Lass die Schweine brennen. Ja. Jetzt aber. Hahaha. Penner. So. Oh. Ah, ja. Jetzt kommt das mit dem Mars. Alles klar. So ist das passiert. Jetzt gibt das Sinn. Tja, das ist ja nur die Frage. Der Danni ist ja dann hin, ne? Wenn er dann ins Wasser reinlässt. Äh, reinlässt. Die chinesischen Militärputsches würden die Russen Admiral Chang unterstützen. Bestätigt den Bericht unseres Informanten aus China. Dann wurde Stunt Sergeant Dante etwas getötet, das wir bereits wissen. Es gibt Aufstände auf den Straßen von Shanghai, Captain. Die Russen mischen sich ein. Wir mussten es mit Sicherheit wissen. Schlimm genug, dass wir Suez abriegeln mussten. Eine falsche Bewegung. Es gibt Krieg. Sie haben ihre Befehle, Captain. Aye, aye, Sir. Wir fahren zur chinesischen Ostküste. Alle klar. Ja, gut, schade. Dann ist wohl dann weg. Hm. Fischfang in Baku. Das war in dem Fall dann auch die erste Mission. Gehe ich jetzt mal stark davon aus. Gut, hat er jetzt auch lange genug gedauert. Wir sind wegen Jincheis Ermordung angepisst. Wer war das, Sir? Er kandidierte für die Präsidentschaft. Ist progressiv. Drängte die Regierung für Transparenz, Fairness und... Redefreiheit. Admiral Chang hat einige davon überzeugt, dass wir Mr. J getötet hätten. Wenn die Operation auflegt, hat Chang die Ausrede, die er braucht, um diese Wut, diesen Hass, gegen uns zu richten. Dann gibt's Krieg. Hm. Hm. Müsst die VIPs unversehrt aus den CU Towers holen. Die Operation wird von Geheimagent Laszlo W. Kirby koordiniert. Und damit wir uns verstanden haben, geschossen wird nur ein Notfall. Hm. Nicht schleichen, oder? Staff Sergeant Dunn hielt sie für den geeigneten Teamleader, falls ihm etwas zustößt. Sein Verlust ist eine Tragödie. Gut, dass Wander bisher noch nichts geredet hat, ne? Lasst mich die Ehrung seiner letzten Entscheidung nicht bereuen. Tut das Richtige. Halt nicht auf. Ah, schleichen. Was für Fehler. Oder so, glaube ich mal. So, sind wir natürlich nun mal. Ah, genau, perfekt. Pausieren geht hier. Gut, weil das ist ja wahrscheinlich, gehe ich jetzt mal stark davon aus, dass es die zweite Mission ist. 10.000 Punkte für Gold. So, by the way, schon mal. Äh, mache ich an dieser Stelle nun mal ein Päuschen. Seid trotzdem schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, ne, und würde mich natürlich freuen, wenn ihr bei den nächsten Folgen wieder mit dabei seid. Wenn es hier wieder heißt, hier Richtung, äh, Kampagne, Gold, Schwer und so weiter und so fort. Mal gucken, ob wir da in dem Fall, ach, guck mal, hier gibt es noch zwei Waffen. Ähm, ja. Da würde mich natürlich klar freuen, wenn ihr dabei seid. Lasst mal eine Bewertung da, schreibt mal einen Kommentar und so weiter. Und, ja, wir sehen uns, ne? Haut rein, schönen Abend noch. Wünsche euch was. Servus und ciao. Wünsche euch was.